Ja, moin! Den hab ich jetzt gerade gesehen. Äh, ja. Oh, Feuermagier gegen Feuermagier, das große Duell. Da ging ja diese Folge schon mal hervorragend los. Herzlich willkommen, geil! Das hier wieder mit am Startzeit hier zu einer erneuten Ausgabe. Äh, der Gothic 2 Rando-Misa-Mod. Ja, dass mir der Suchende da jetzt direkt wunderbar in den Weg lief, das war ja, äh, das war ja optimal jetzt. So, es regnet. Regen ist prinzipiell erstmal nicht so mein Ding, aber wir können uns im Kloster gleich mal aufs Ohr hauen. Dann wird es hoffentlich auf zu regnen. Hallo, wer bist du denn? Jorgen. Hey, du. Ich sehe, du gehörst zum Magierkloster. Ja, warum? Könnt ihr noch eine Arbeitskraft gebrauchen? Ich weiß sonst nicht, wo ich bleiben soll. Wo kommst du her? Ich war Kapitän eines großen Wallfängers, mein Junge. Die See ist mein Zuhause. Mein Schiff, die gute alte Magdalena, ist vor einigen Monaten von Piraten versinkt worden. Und nun bin ich hier gestrandet. Ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in See stechen zu können. Doch seit ich hier bin, hat in dem verfluchten Hafen kein Schoner mehr angelegt. Das einzige Schiff, was in Korinis vor Anker liegt, ist die verfluchte Kriegskaleere des Königs. Und die nehmen keine Leute. Was bleibt mir denn noch? In der Stadt gibt es keine Arbeit für mich. Ich lasse nichts unversucht. Besser du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich habe schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Naja, wir lassen seine Frage einfach mal unbeantwortet. Finde ich okay. Ey, guck mal, Milton ist jetzt da und er hat sich offensichtlich umoperieren lassen. Er ist jetzt nicht mehr Frau Milton, sondern Chefkoch Milton. Smoothie. Wie bist du so schnell zum Kloster gekommen? Was soll die Frage? Ich habe mich durch den Pass geschlichen und dann auf direktem Wege zum Kloster begeben. Zugegeben, es war nicht immer leicht, den ganzen Monstern auszuweichen, die sich diese als Distales breit gemacht haben. Aber letztlich hatte ich weniger Probleme als erwartet. Letter Streitkolben. Weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeaufenthalt bei Garand ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Nach dem Kerkeessen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Sölden auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. Weißt du etwas über die vermummten Gestalten? Nein, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei diesen Typen. Sieh dich vor, wenn du ihnen begegnest. Gut, soweit erstmal dazu. Das reicht mir vorerst. Ja, ich hau mich jetzt erstmal aufs Ohr. Beziehungsweise, nee Quatsch. Wir können ja erstmal mit Gorax quatschen. Nochmal kurz hier die Händler abklappern und mal sehen, ob es da Neuigkeiten gibt. Ich brauche ein paar Dinge. Denn Iskarod zum Beispiel hatte keinen, keine neuen Zauber oder keine neuen Sachen im Angebot. War natürlich jetzt extrem traurig. So, heilige Vollstrecke haben wir bereits mehrfach im Innentar. So, zack. Jetzt haben wir erstmal 27.000 wieder. Und wir haben jetzt auch mehr als genug Fleisch für den Angor. Oh. Gib mir dein Gold, du Schelm. So, dann hauen wir uns erst los. Was ist denn mit dieser Lampe los? Okay, Albträume verwenden wir. Erholung kann ich erstmal kurz mit leben. Ich quatsche jetzt erstmal mit dem Kollegen Turnschuh, a.k.a. Pyrocar. Ey, Gorn. Das fette Gorn-Cosplay hier an der Stelle. Nette Axt und nette Rüstung. Heile mich, Meister, denn ich bin besessen. So sei es. Nimm diesen Trank. Er wird dich von deinen bösen Träumen befreien. Möge die Gnade Innos dich erlösen. Handel in seinem Sinne und hüte dich vor dem bösen Blick des Feindes. Ich komme aus dem alten Minental. Was hast du zu berichten? Der Feind hat sich dort formiert und wartet mit einer Armee von Orks und Drachen auf. Das ist uns schon von Milton mitgeteilt worden. Aber wie steht es um die Erzlieferung des Königs? Die Mine, die Garhund im Tal ausheben lässt, wird den Bedarf des Königs nicht decken. Die Tage werden grauer und das Licht der Sonne immer schwächer. Ich bin von Männern in schwarzen Roben angegriffen worden. Ich weiß, das sind die Suchenden. Schergen der Unterwelt, Belyars. Nimm dich vor ihnen in Acht. Sie werden versuchen, von dir Besitz zu ergreifen. Bist du erst einmal besessen, bist du nicht mehr du selbst. Dann kann dir nur noch hier im Kloster geholfen werden. Also sei vorsichtig. Ich habe Karas darauf angesetzt, sich mit der Materie zu befassen. In Kürze wird er sicherlich mehr Erkenntnisse gewonnen haben, die uns weiterbringen. Hier, diese Rune wird dich direkt zum Kloster zurückbringen, wenn du unserer Hilfe bedarfst. Denk daran, wir müssen Widerstand leisten. Sonst sind wir alle dem Untergang geweiht. Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen. Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Innos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Wir sind einer heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Das Auge Innos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Wer konnte so vermessen sein, Meister? Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es ans Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Doch in diesen Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Einer unserer treuesten Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro! Der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten, und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Nicht so schnell! Ich habe noch eine Aufgabe für dich! Und das wäre? Jetzt, da du der Gemeinschaft des Feuers angehörst, wirst du auch den Pflichten einer solchen nachkommen müssen. Die Kirche hat sich nicht nur um die Belange der Magie zu kümmern, sie ist auch letzte Instanz in der Rechtsprechung, wie du weißt. Der jüngste Fall, der uns vorgetragen wurde, ist ein bodenloser Schlund und muss aus der Welt geschaffen werden. Ja, wie man merkt, werden auch Prioritäten hier im Kloster Innos großgeschrieben, weil das, ja, der wohl mit Abstand schlimmste Krieg tobt gerade und wir stehen am Rande an der Niederlage. Aber nein, das müssen natürlich auch so kleinere Belange erst mal geklärt werden. Die Orks und die Drachen können natürlich warten. Ich habe schon genug zu tun. Such dir jemand anderen. Das ist ja ungeheuerlich! So wirst du nie die höheren Kreise der Magie erreichen, wenn du nicht gewillt bist, der Gemeinschaft einen Dienst zu erweisen. Ich erteile dir hiermit einen Verweis. Ich hoffe, das wird sich nicht wiederholen, sonst wird das noch böse enden mit dir. Äh, erteile du mal. Noch eine Kleinigkeit, halte dich von dem Weg schreinend fern. Uns ist zu Ohren gekommen, dass einige von ihnen geschändet worden sind. Niemand vermag zu sagen, was sie nun bewirken. Es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Die Paladine werden sich der Sache annehmen. Ja, was ich gerade sagen wollte, ähm, ich hab's vergessen. So, er hat, Ulta hat gerade ein gutes Stichwort gebracht mit Schreine. Ähm, ich wollte noch kurz hier am, äh, äh, im vorhandenen Schrein beten. Meine Meinung kennst du ja schon. Ich hab sonst auch immer die Quest für, ähm, Serpentis hier noch erledigt. Aber jetzt hatte ich irgendwie mal Bock, ihm wieder zu widersprechen. Ich hatte jetzt mal so richtig Bock, ihm einfach zu sagen, fuck off. Mach dein Scheiß alleine, Junge. Achso, warte mal, äh, Karras wurde auf die Suchenden angesetzt. Den kann ich tatsächlich nochmal aufsuchen, das ist jetzt relevant gerade, finde ich. Hey, du. Hallo, Lady Karras. Du darfst keine Zeit verlieren. Du musst Pedro zur Strecke bringen und das Auge Innos zurück ins Kloster holen. Wenn wir das Auge nicht wiederbekommen, sind wir alle verloren. Zeig mir deine Ware. Okay. Ich hatte jetzt, oh, 40 Dietricher. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt irgendwie befürchtet, dass der sowas sagt wie, nein, du musst, äh, du musst, äh, hier, ne? Pedro hinterher, was machst du noch hier? Zeig. Komm, weißt du was, wir nehmen das alles mit. Wer weiß, wofür wir es nochmal gebrauchen können. Ähm, ja, es ist jetzt natürlich ärgerlich, dass ich keinen Stärkelehrer jetzt mal gefunden habe. Ähm. Wir können jetzt aber auch Kreis 3 leeren. Dann haben wir eine bessere Heilruhne. Leere mich den dritten Kreis der Magie. Ja, die Zeit ist gekommen. Tritt ein in den dritten Kreis der Magie. Ich muss eben aufpassen, was man so rum erzählt hat. Neue Zauber erwarten dich. Du wirst sie brauchen, denn das Böse ist nahe gekommen und nur mit der Macht Innos kann es aufgehalten werden. Ich habe dich nun alle Kreise gelehrt, die ich weitergeben kann. In die höheren Kreise wird dich Karras geleiten. Möge Innos dich schützen. Dankeschön. Ähm, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Mittlere Wunden heilen ist das. Und das ist wirklich ein sehr nützlicher Zauber, den ich jetzt sehr gut gebrauchen kann als Magierkrieger, wenn man es so möchte. Und ja, jetzt wird es wild, denn wir verfolgen jetzt, oder wir nehmen jetzt die Verfolgung zu Pedro auf. Und wer weiß, was uns unterwegs, äh, für Random Monster erwarten werden. Also, bin ich mal gespannt. Ihr kennt ja alle diesen, äh, Landstreicher, der hier hinten, ähm, bei dieser Serpentine wartet. Ähm, das sind ja auch ein paar Viecher. Ratten, meine ich, im Hauptspiel. Aber, durch die Random Monster kann es natürlich sein, dass der jetzt schon tot ist, wenn wir da angeschwommen kommen. Oder, das sind jetzt sogar Schafe oder so. Könnte auch sein. Ja, wir wissen es natürlich nicht. Ist eine Wundertüte, ist eine Überraschung. Ähm, nee, aber wie gesagt, noch mal kurz zur Sache mit Zerpentis. Ich habe mich jetzt bewusst dazu entschieden, diese Quest abzulehnen, weil, ähm, wie gesagt, ich habe die sonst auch immer gemacht. Und ich wollte jetzt mal ein bisschen Abwechslung reinbringen und auch mal diesen Dialog mal wieder hören, den ich schon ewig nicht mehr gehört habe, wenn man die Quest halt ablehnt. Gibt es halt diesen witzigen Dialog. Das ist ja ungeheuerlich. Das ist genauso geil wie, das darf doch nicht wahr sein. Vom, vom Lothar. Und, ähm, sind das nicht sogar dieselben Synchronsprecher? Nee, sind es nicht. Aber, ähnliche Mentalität. Von daher, ich finde, das könnte man mal auf dem Discord durchsetzen. Mit dem, das ist ja ungeheuerlich. Und so ein Zerpentis-Meme-Emoji auf dem Discord einführen. Aber es kann schon sein, dass wir sogar haben bereits so ein Zerpentis-Emote. Aber, komm, die Robe habe ich auch schon lange nicht mehr getragen. Die tragen wir jetzt mal. Wieder. Oh, geil. Guck mal, der Landstreicher ist gut gerüstet. Besser gerüstet als zuvor. Was soll das werden? Was meinst du? Du bist jetzt schon der Zweite, der hier vorbei hastet, als hätten ihn die Blutfliegen gestochen. Wer war der andere? Er sah aus wie einer dieser durchgeistigten Novizen aus dem Kloster da hinten. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber irgendwie sind die Burschen nicht ganz richtig in der Birne. Guck dir doch alleine mal ihre albernen Klamotten an. Damit würde ich mich nicht einmal bei Nacht auf die Straße trauen. Ich glaube, das sagt er jetzt aber auch nur, weil ich keine Magierrobe trage. Weil ich glaube, dieser Dialog kommt nicht, wenn der weiß, dass man Magier ist, oder? Korrigiert mich gerne, aber ich meine, dieser Dialog kommt nur, wenn man, wenn der uns nicht als Magier sieht, wenn wir keine Feuermagierrobe tragen. Aber kann auch sein, dass ich mich täusche. Aber wir können hier auf jeden Fall intervenieren. Sehr vorsichtig, was du sagst. Ich war auch einmal Novize im Kloster. Du armes Schwein. Jetzt wird mir allerdings einiges klar. Nichts für ungut. Geh ruhig weiter. Reisende Leute soll man nicht aufhalten. Dir sollte jemand Manieren beibringen. Jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. Aber gut, wenn du dich unbedingt prügeln willst, dann zeig mal, was du drauf hast, Novize. Seltsamer Dialog. Wirklich ein sehr seltsamer Dialog. Ich meine, dass ich den so in der Form noch nicht hatte. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie der zustande kommt. Sehr interessant. Vielleicht habe ich was Neues entdeckt. Durch eine andere Spielweise. Muss ich vielleicht auch mal Jorgen in so einem Podcast erzählen, wenn ich es nicht vergesse. Wahrscheinlich werde ich es vergessen. Bin ein sehr vergesslicher Typ. Warte mal, aber welche Robe jetzt auch gut passen würde, ist diese Robe hier zu dem Schwert und so. Das passt auch ganz gut. Gleich laufen wir jetzt erstmal so ein bisschen rum. So, ich bin irgendwie auf Tab gekommen. Die Schattenläufer wurden ersetzt. Geil, eine Steintafel. Also alleine für die Steintafel hat es sich gelohnt, hierher zu kommen. Interessant. Ich kann mich auch nicht an dieses Schaf und an diese Ratte erinnern. Ich dachte eigentlich immer, da liegt ein toter Ork mit einem abgebissenen Ork-Kopf rum. Oder war das in der Höhle hier? Ah, nee, das war hier. Okay, ja. Dann war das der Ork hier. Aber war da vorne nicht... Okay, ich kann mich da vorne an dieses Schaf und an diese Ratte echt nicht erinnern. Sehr interessant. Ähm, Steintafel, was ist das für eine? Lebensenergie, geil. Schön, 15. Das können wir immer gebrauchen. Also wir dürften jetzt auch schon gut Lebensenergie haben. 800 haben wir jetzt. Sauber. Tja, aber ich brauche noch mehr Stärke-Tafeln. Am besten noch so drei Stück oder in Stufe 3 Stärke-Steintafeln. Und dann bin ich eigentlich erstmal zufrieden. Dann können wir das erstmal so lassen. So, vielleicht hat dieser Landstreich jetzt noch einen Dialog, nachdem wir ihn verdroschen haben. Ich habe ihn ja nicht getötet, oder? Nee, habe ich nicht. Was suchst du hier? Für so einen Schnösel stellst du verdammt viele Fragen. Sag mir, durch welche Goblin-Höhle wir beide zusammengekrochen sind und ich erzähle dir meine Geheimnisse. Andernfalls kümmere dich um deine Angelegenheiten. Jetzt war er nochmal frech zu mir. Für diesen Frev musst du sterben. So. Ja, ich fand das eigentlich gerechtfertigt jetzt. Kann ich mit ruhigem Gewissen heute Nacht schlafen. schön die Augen offen halten. Nach Gegners. Hinter jeder Ecke könnte jetzt ein Drachensnapper lauern. Theoretisch. Ich finde, das sieht echt gut aus in der Kombination mit der Robe und diesem Schwert. also könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso seht. Also ich finde das eigentlich ganz nett so. So, wir speichern jetzt natürlich hier. Hallo. Ich hab zum Glück noch einen Antibesessen und einen Heiztrank. Wir wussten, dass du kommen wirst. Mein Meister wird triumphieren und die Herrschaft der Welt an sich reißen. Du tör ich dann mal. Du hast nicht gewusst, mit wem du mich anlädst. Und dafür werde ich dich hier und jetzt verstrafen. Kann mich... Ach nein. Kann mich nicht erinnern, dass dieser Dialog so extended war. Du kleiner Schach... Ja, okay. Das können wir schon. Voll geil, wie die Roben wechseln, nachdem die dich einmal angequatscht haben. Sehr interessant. Oh, hat er da gerade einen Schlafzauber in der Hand? Ich hab's jetzt ein bisschen jetzt hab ich's nicht gesehen, aber das sah gerade kurz so aus, ob er da einen Schlafzauber in der Hand gehabt hat. Und ich bin nicht besessen, oder? Ja, gut. Diese Besessenheit, die bewirkt ja auch nur, dass man halt sich nicht durch Schlaf erholen kann, aber ja gut, mein Gott. Dann ist das jetzt halt so. Nein! Ach so. Hat er jetzt kurz Angst, dass er das Schaftöten will? Oh, jawohl. Ehre der Schere und so. Wir dürfen Schafe... Ich hab's mir jetzt zur Challenge gemacht. Schafe dürfen... Ich muss Schafe retten, wenn ich sie sehe und sie kurz davor sind zu sterben. Beziehungsweise ich darf sie selber nicht angreifen. Hm, in der Gegend ist es ruhig. Zu ruhig für meinen Geschmack. Sehr ruhig für meinen Geschmack. Ich denke, der Schrein wird geschändet sein. Aber gut, ich glaube, wir haben ja eh gerade schon zu Innos gebetet und einen Mana-Punkt abgegriffen. Wie viel Mann haben wir jetzt eigentlich? 77. Naja, immerhin. Das ist schon mal eigentlich gar nicht so schlecht. Rufen wir doch mal einen kleinen Companion. Mit dem wir jetzt zusammen weiterreisen werden. Kündigen wir uns mal an. Mit Erdbeben. Ist ja vergleichbar wie, wenn man jetzt, ähm, in einer Armee auf eine Stadt zu marschiert und, äh, dann mit Kriegstrommeln sich quasi ankündigt. So bin ich jetzt hier mit meinem Golem unterwegs, der auch nicht gerade sich leise bewegt, sagen wir es mal so. Damit die Suchenden vor Angst erzittern. Und sich in ihre schwarzen Kutten scheißen. Oh, ich glaube, der Golem hat sich das hingeholt. Ja, übrigens, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, ähm, ist Donnerstag. Yes, Stärke-Steintafel. Äh, heute wurde der Elex-Announcement-Trailer, ähm, veröffentlicht. Hatte ich ja neulich dazu ein kleines React auf meinem Kanal gemacht, hier. Und, ähm, tja, was soll ich sagen? Ich wollte dieses React-Video da jetzt nicht zu sehr, jetzt mit meiner Meinung da voll pumpen. Die richtige Meinung habe ich ja auch noch nicht, aber ich bin echt gespannt so. Es gab ja jetzt auch schon ein paar erste Screenshots. Nein! Ich muss dieses Schaf retten. Okay, es ist vorbei. Ähm, es gab ja jetzt schon ein paar Screenshots, die auch noch mit veröffentlicht wurden. Ich nehme mal ganz stark an, dass ich die mit Jorgensen im Podcast irgendwie analysieren werde. Ob das jetzt schon in diesem Podcast sein wird, oder... Nee, halt, stopp! Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gar nicht Donnerstag, sondern Dienstag, ich Idiot. Äh, wir haben morgen Podcast-Aufnahme für diese Woche, für diese Folge. Und, äh, ich weiß gar nicht, ob wir, ob wir jetzt da groß drauf eingehen, ich, weil wir haben mit, äh, wir nehmen mit Gast auf. Aber vielleicht verlieren wir dann doch ein paar Worte über die Screenshots wenigstens. Mal schauen. Also, es wird jetzt wahrscheinlich so sein, dass wir in den nächsten Wochen oder in den kommenden Wochen, äh, wird es wahrscheinlich ja immer mal Trailer oder Videos oder Gameplay-Szenen oder Screenshots, äh, mehr geben. Ähm, worauf wir dann im Podcast mit hoher Wahrscheinlichkeit auch drauf eingehen werden. Ich bin sehr gespannt. Also, was das alles wird. Na, ähm, weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Tonus da draußen ist. Ist jetzt noch recht früh, um darüber nachzudenken. Weil, der Trailer ist ja gerade mal raus. Ich weiß nicht, wie die allgemeine Meinung der Gothic-Community jetzt derzeit ist zu Elex 2. Ob, ob man sich das wünscht oder ob das eher abgelehnt wird. weiß ich nicht. Also unter meinen Kommentaren, also in den Kommentaren zumindest von dem Trailer, den ich halt veröffentlicht hatte. Och, drei Punkte noch. Äh, hat sich's zumindest jetzt so angefühlt, als ob man da eher positiv gegenüber steht. und, ja, also, mal gucken, ob man, ob ich da jetzt geheilt werden kann. Schauen wir mal. Hey, du Knecht. Hey, du Knecht. Ich versuche jetzt mal nicht auf den Novizen anzusprechen. Ich seh mich nur mal um. Tu das. Aber hör auf, uns zu nerven. Ah, interessant. Wenn wir nicht auf den Novizen ansprechen, dann, okay. Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich suche einen Novizen. Das ist ja interessant. Wir suchen nämlich auch jemanden. Ach ja? Wen denn? Dich. Ich mach dich fertig. Oh, oh. Das sieht jetzt echt schlecht aus. Okay. Da haben die mich aber ganz schön runtergeklopft, die Freunde hier. Ich sollte nicht so leicht fertig mit meinen Klamotten umgehen. Das hat jetzt schon wehgetan. Wir testen jetzt mal unseren neuen Zauber hier. Guck mal, wie viel das hier an Heilung bringt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gar nicht mal so wenig. Aber der Licht bleibt. Das Licht bleibt aus. Der Lichtschein ist nicht mehr da. Das nervt. Ich will Licht. Na gut. Probier ich beim nächsten Mal. Das Licht ist nicht da bei der Heilung. Belastend. Ja, ich denke aber, unterm Strich sollten die Suchenden jetzt kein großes Problem darstellen. Es sei denn, die fangen jetzt halt wirklich an, die Zauber rauszuballern wie sonst was. so Feuerringen, Schlaf, Eis oder sowas. Das wäre jetzt nicht so geil. Aber das traue ich denen jetzt mal nicht zu. Lieber man ist vorbereitet und hat es leicht, als man ist nicht vorbereitet und hat es schwer. wie es immer so ist. Wir haben ja auch genug Zauber, um die zu locken. Der Kapitän. Der Käpt'n zur See. Guck mal, was sind das denn für Gestalten? Ein ehemaliger Barodron Verschnitt, ein Stadtmiliz und ein Bürger treffen sich am Stonehenge. So könnte auch irgendein Witz beginnen. Aber heißt das nicht, was das für ein sinnloses Unterfangen war, den Meister auszufordern? Oder habe ich das jetzt, oder wird das wirklich so formuliert? Was für sinnloses Unterfangen und nicht für was für ein sinnloses Unterfangen. Naja gut, aber man lernt ja nie aus. Und ich sage jetzt mal so, ich bin jetzt eh nicht so der, ich mache relativ viele Rechtschreibfehler, würde ich sagen. Also, von daher. So, wir haben das Auge Inos. Und das ist alles, was zählt. Ich finde das so geil, wie man mit einem Zauber auf einmal die Rüstung und die Waffen der Suchenden switchen kann. Finde ich irgendwie spaßig. Oh Mann ey, warum habt ihr denn nicht irgendwelche Steintafeln der Stärke dabei? Ich brauche nur noch eine. Eine brauche ich nur noch. Hallo Lady. Oh, Feuersturm. Hat weh getan. Aber, die Robe ist anscheinend ganz gut gegen... Guck mal, da ist noch eine Steintafel, aber es sieht aus wie Lebensenergie. Uh, 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 uh. Oder was anderes. Auf jeden Fall nicht. Stärke waren ja immer die dunklen Tafeln. Hier war noch eine Harfe. Silberkelch. Sehr schön. Lebensenergie und Stärke, das brauche ich immer. Und Zweihandkampf wäre auch nicht schlecht. Um mal jetzt drei Sorten zu nennen. Geschick brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Mana wäre eigentlich auch nicht so favorisiert und Einhandkampf brauche ich überhaupt nicht. Man nimmt es ja natürlich trotzdem mit, wenn man es einmal findet, aber unterm Strich, naja, braucht man es eigentlich nicht. So. Dann ziehe ich mir die mal rein. Lebensenergie ist es. Sehr schön. Das kann ich auch immer gebrauchen. Ja, dann würde ich sagen, teleportieren wir uns mal ins Kloster zurück. Aber da muss ich ja jetzt erstmal wieder meine Robe switchen, sonst lassen die Brüder sich nicht ansprechen. So. Sehr schön. Ja, das wird, ich glaube, Pyrokal wird das gar nicht gefallen. Aber hören wir uns einfach mal an, was er zu sagen hat. Ich hätte das nicht gedacht. Ich habe das Auge Innos gefunden. Es ist zerbrochen. Aber das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Innos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Jedoch hat er in diesem alten Artefakt eine mächtige Bedrohung gesehen. Wir müssen das Auge heilen und ihm seine alte Kraft zurückgeben. Doch die Zeit ist gegen uns. Ich vermag mir nicht auszumalen, was nun mit uns allen geschehen wird. Ohne den Schutz des Auges sind wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Gehe zu Vatras, dem Wassermagier in der Stadt. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beheile dich! Was ist der Sonnenkreis? Zu jenem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende, um den Beginn eines neuen Zyklus einzuleuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt, dass seine Macht hätte umgekehrt werden können. Und doch ist es geschehen. Entschuldigung. Warum gerade Vatras? Das Privileg der Robe ermächtigt dich nicht meiner Anweisungen in Frage zu stellen, Bruder. Vatras ist ein Diener Adenos. Allein das Wissen der Wassermagier wird uns in dieser dunklen Stunde Klarheit verschaffen. Das ist alles, was du wissen musst. Gut, dann würde ich sagen in der nächsten Folge gehen wir zu Vatras und quatschen mit ihm darüber. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne Bewertungen, Like und ein Abo da. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.